Neu eingetroffene Leben steht hinter mir. Ein wunderschöner SL 350er aus dem Jahr 2002. Ist eine deutsche Erstauslieferung aus dritter Hand. 3,7 Liter V6 mit 245 PS. Das Fahrzeug hat erst 147.000 gelaufen. Kommt, gucken wir uns das Fahrzeug einmal gemeinsam an. Wir haben Bi-Zenon-Scheinwerfer, Park-Sensoren vorne, Leichtmetallfelgen, 17 Zoll, Volllederausstattung, Bose Soundsystem, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Tempomat, Navigationssystem. Das Fahrzeug hat lückenlos eine Wartungshistorie bekommen. Auch einmal von der anderen Seite. Das waren mal Fahrzeuge, Sammy. Die waren sehr teuer. Ja genau, ist ein Klassiker. Ist ein Klassiker, richtig. Was würdest du hier gerne an dem Wagen anders haben wollen? Also für meinen Geschmack würde ich da andere Felgen drauf machen. Okay. Vielleicht ein bisschen mehr Zoll oder eine andere Farbe. Und vielleicht noch die Chromelemente schwarz machen. Chromelemente schwarz. Der kostet, Sammy, 17.950 Euro. Was sagst du zum Preis? Auf jeden Fall für ein Auto, was so gepflegt ist, ist der Preis auf jeden Fall sehr gut. Wenn man das vergleicht zu den Jahren davor, sind die schon gesunken. Aber trotzdem für ein schönes Sonntagsauto ist das geeignet auf jeden Fall. Richtig, Sonntagsauto. Mich würde interessieren, was eure Meinung ist. Schreib es doch bitte in den Kommentaren rein. Falls ich jetzt mit dem Wagen dein Interesse geweckt habe für 17.950 Euro, kannst du uns gerne kontaktieren. Wir haben auch selbstverständlich noch jüngere Fahrzeuge im Angebot da. Schaut bei uns auf der Webseite drauf. Und ich wünsche euch schon mal einen angenehmen Feiertag und wir sehen uns morgen. Tschüss. 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 Tschüss.